Der Geldgeber will, dass die Partei, sie heißt Stimme der Zukunft, in zwei Wochen zu den Wahlen ein Kind als Kandidatin aufstellt. Hey! 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 Du bist die Kandidate. Aber Papa, das kann ich nicht. Die Stimme der Zukunft, das sind wir. Die Stimme der Zukunft, jetzt und hier. Was wünschst du dir am meisten? Tierschutz. Und keine Tierversuchung. Und das Essen auf der Erde gerechter verteilt wird. Genau. Und dass die Reichen endlich parkieren, dass sie teilen müssen. Bingo. Genau das ist Politik. Fall, fährte Gister, werden sie uns. Fall, fährte Gister, die Zukunft sind wir. Ich begrüße Sie zu unserer Wahlsinnung. Wir von der Vereinigung Wähler gegen uns dafür-Partei. Wir schützen die Menschen. Der Stimme steht für Sicherheit. Die Partei der Sozialen, gleich wird wählen. Lassen Sie sich nicht erzählen. Das sind doch alles nur Bläder. Zersprich, Juni. Das könnte echt eine fette Kiste werden. Wenn alle Anwachsenden so klug werden wie du. Dann sähe unsere Welt viel besser aus. Hanna. Blätschel! Hihii. Alle Anwachsend, alle Anwachsend. Hanna. Hallo, hallo, Hanna. Kannst du mir nicht bitte irgendetwas sagen? Ob ich das alles weitermachen soll, oder... ...soll ich einfach aufhören? ...und wieder ein ganz normales Kind sein? Und wieder ein ganz normales Kind sein? ...un ganz normales Kind sein?